so moin meine vlogger ich hab jetzt ja heute die nacht verbracht liegen noch ein paar klamotten von mir ich muss jetzt los zur arbeit ja was welches thema wollte ich ansprechen ich werde ein neues format einführen lange habe ich überlegt ob ich mich beim 100 abo wenn ich sobald ich die 100 abos erreicht habe umbenenne in den namen julian macht alles weil ich schon länger die idee hatte einfach ganz viele sachen auszuprobieren und immer so wie nennt man es verrückte sachen zu machen und dann immer ein video darüber zu machen über irgendwelche dinge die ich noch nie gemacht also und ich habe mich aber entschlossen jetzt als format zu machen also genau als format auf dem kanal hier und dann immer die jma videos also julian macht alles videos zu machen und da wird auch demnächst die erste folge von kommen wenn ihr ideen habt so sachen wie ich bestellen den burger mit fünffachfleisch oder keine ahnung oder ich bestelle ach keine ahnung alles mögliche man wird es sehen ich habe schon viele ideen die mir gerade nicht einfallen das wird das neue format werden ich werde jetzt mal nicht umbenennen und das war's schon bis dann abgeflockt schreibt ideen hier oben in die kommentare rein hier und bis dann abgeflockt